1972 wurde der O-Busbetrieb in Gori eröffnet. Für den Betrieb auf drei Linien stehen zehn O-Busse Skoda 9 TR, drei Skoda 14 TR und sieben Sio 9 zur Verfügung. Musik Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Sollte Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020